Guten Tag, heute ist der 16.08.2017 und zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese Botschaft aufzeichne, ist es 14.51 Uhr. Guten Tag, sehr geehrter Herr Staatsanwalt Horstmann, der für mich zuständig ist oder jetzt wieder zuständig sein wird mit meinem Fall unter dem Ihnen bekannten Aktenzeichen. Sie wissen ja, was mir passiert ist. Sie sind auch darüber in Kenntnis gesetzt worden von mir mehrfach, dass am 6. Januar diesen Jahres ein verhältnismäßig harter und auch moralisch-ethisch ungerechtfertigter Polizeieinsatz bei mir stattgefunden hat und das Ganze eben nicht nachvollziehbar ist, wie Sie mir schriftlich mitteilen. Ich wende mich persönlich an Sie und ich hoffe, Sie nehmen sich auch die Zeit oder haben die Güte, mal leicht zynisch-sakastisch formuliert, sich authentisch mit meinem Fall weiter zu beschäftigen. Ich habe nämlich einige wichtige Informationen für Sie, die das Ganze abrunden. Wobei ich mich fragen muss, ob Sie überhaupt an authentischer Aufklärung von Fällen in Bezug auf große Not und sogar lebensbedrohliche Not, was meine Mutter und mich angeht, und das ist keine Spinnerei und Paranoia von mir, ob Sie da überhaupt ein authentisches Interesse an Aufklärung haben. Die Justiz braucht sich nicht zu wundern, wenn Ihr Ruf nicht der Beste ist. Die Polizei, auch in meinem Fall, braucht sich nicht zu wundern, wenn der Ruf nicht der Beste ist und viele Bürger eher dazu neigen, Streitigkeiten und sonstiges untereinander auszumachen, egal ob es Deutsche sind oder ausländische Bürger mit Migrationsanteil, statt die Polizei zu rufen. Da braucht könnt Ihr Euch bei Euch selbst bedanken mit der Art der Herangehensweise bei Aufklärung von Fällen. Täglich wird auch im Fernsehen darüber berichtet, wie die Justiz mal wieder in den Sack haut oder höchstenfalls, wenn es hochkommt, glimpfliche Strafen für eindeutig vorbestrafte oder aggressiv brutale Täter verhängt oder sogar Freisprüche erwirkt werden oder Bewährungsstrafen, obwohl diese Unmenschen für den Rest ihres Lebens weggesperrt gehört werden. Aber nun zu meinem Fall. Sie berichten mir in Ihrem letzten Schreiben, dass der den SEK-Einsatz initiierten Mann mit falscher Identität als Daniel Becker seinerzeit eine Internetanzeige geschaltet hat. Nun frage ich mich allen Ernstes, wie kommt Ihre Behörde oder auch die Kripo und sonstige Polizeiorgane dazu, vorschnell und übereilt einen SEK-Einsatz bei mir einzuleiten, anstatt sich erst einmal, und das wäre der übliche Weg, wenn man professionell an die Sache herangeht, Recherche zu betreiben. Es stimmt ja, dass ich ein Video gemacht habe, in dem ich sehr aggressiv rüberkam und polterte, in Aussicht stellte, dass ich Waffen außerhalb meiner Wohnung gehortet habe und anreise und dann passiert was. Aber ebenso, und das erinnere ich gut, sagte ich am Schluss dieses Videos, dass ich natürlich nicht davon Gebrauch mache, sondern dann vor Ort die Presse und die Polizei einschalte. Das weiß man, das ist bekannt. Wie kann es sein, dass aufgrund eines früheren von mir hochgeladenen Videos, in dem ich von meiner Zeit als Krankenpflegehelfer oder FSJler berichte und von einem Patienten, wie ich ihn versorgt habe und seine Not mit Medikamenten gelindert habe, jemand so unrealistisch und realitätsfern da aktive Sterbehilfe hineininterpretiert und das als Grundlage von ihren Kollegen bei der Polizei und Kripo genommen wird, hier mit großem Geschütz aufzufahren. Ja, und letztendlich eine bedrohliche, traumatische Situation für meine Mutter und mich zu erzeugen am 6.1. Ja, wie kann ein Herr Oberinspektor oder Hauptkommissar, was einmal er für einen Rang begleitet, wie der Herr Niemann vom Dezernat für Delikte am Menschen in der Keitstraße in der Urania, wohin ich dann auch im Nachhinein hinzitiert wurde und er war ja auch hier am 6.1. in meiner Wohnung, nachdem das SEK-Einsatzkommando wieder abgeschwört ist und alles hatte, was sie wollten und meine Wohnung durchwühlt haben. Ja, wie kann es sein, Herr Horstmann, ja, dass dieser Mann sich so instrumentalisieren lässt, statt erstmal Recherche zu betreiben. Ich bin einer der friedlichsten Bürger, die die Welt und das Land Deutschland je gesehen hat. Es gibt nicht das Geringste in meiner Vita, in meinem Lebenslauf, was man mir je zur Last legen könnte. Keine Drogendelikte oder Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, BTM, keine Gewaltdelikte, kein Betrug, kein Diebstahl, keine Urkundenfälschung, kein Erschleichen von Mitteln, ja, beim Arbeitsamt oder beim Sozialamt, rechtswidrig, kein Schwarzfahren mit der U-Bahn, S-Bahn oder Bus hier in Berlin, nichts. Das ist das Einzige, was man mir zur Last legen kann und was auch schon Jahrzehnte zurückliegt, dass ich mal in meiner Zeit in Westdeutschland, in Schleswig-Holstein, und das finden Sie vielleicht noch mal ohne Helm, auf dem Gehweg zu einer Tankstelle mit dem Mofa meines damaligen Kumpels, auch eines Berliners, den ich dort kennengelernt habe und mit dem ich dann noch jahrzehntelang befreundet war, bis ich zum Bruchkram gefahren bin und dann in eine Polizeifalle hineingetappt bin, obwohl man noch als Autofahrer an mir vorbeifuhr und wugte, um mich zu warnen. Und ich bin aber trotzdem reingefahren, weil ich keine Brille auf hatte. Das ist das Einzige, was ich mir je abzuschulden kommen lassen. Ja, dieses relativ harmlose Verkehrsdelikt damals in den 80ern, das muss 1987 gewesen sein. Aber ansonsten werden Sie nichts finden in meinem polizeilichen Führungszeugnis und das weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, ich muss so ausführlich mit Ihnen reden, Herr Horstmann, und nun kommen wir zum Wesentlichen. Wie kann es sein, dass man da nicht Recherche betreibt, im Vorfeld, bevor man im großen Maßstab ausrückt und einen Bürger bedroht oder eine bedrohliche Situation für ihn erschafft? Sie können von Glück reden, dass ich in diesen Stunden meines Lebens, die mit zu den schwersten überhaupt zählen, vom 6. Januar herrühren, vom SEK-Einsatz und die mich bis heute verfolgen und meine Mutter auch, so die Nerven behalten habe und nicht zusammengebrochen bin oder ausgeflippt bin. Denn gegen 10 Uhr merkte ich irgendetwas an Aktivität an meiner Wohnungstür, guckte durch den Spion und konnte gerade noch mal so was Dunkles feststellen, machte die Tür geistesgegenwärtig auf und wurde dann auch schon von schwer bewaffneten SEK-Polizeibeamten überwältigt, in die Küche gedrängt, ich habe keinen Widerstand geleistet, man hat mich professionell zu Boden gedrückt, mit mir Handschellen angelegt und mich dann in mein kleines Wohnzimmer zu meinem PC-Stuhl geführt und da musste ich mich hinsetzen und dann kommunizierte ich mit dem Beamten. Einer nahm dann auch seine Maske ab, ein verheirateter junger Polizist des SEKs oder der Kripo und dann ging das ganze Drama los. Ja und ja, dann am 18.01. musste ich mit meiner Mutter nochmal, die sich auch da mit mir hinquälte mit ihren 83 Jahren und als Herzschrittmacher-Trägerin in die Keitstraße zum Dezernat für Delikte am Menschen, zu Herrn Niemann, der mir ja auch schon hier durch den Besuch bei mir am 6.01. bekannt war und mich hier das erste Mal interviewte und habe nochmal wahrheitsgemäß geantwortet darauf, ob ich je aktive Sterbehilfe damals in jungen Jahren geleistet hätte oder nicht, was natürlich nicht der Fall war. Ich habe auch heute noch das Zeugnis von der damaligen Arbeiterwohlfahrt von dem Krankenhaus, dem Ida-Wolf-Krankenhaus in Britz und habe damit Bestbenotung und Bewertung abgeschlossen. Da heißt es unter anderem, Herr Baraka war stets in der Lage, sich in die Lage von Schwerstkranken hinein zu versetzen und hat seine Arbeit gewissenhaft und verantwortungsbewusst absolviert. So viel dazu. Ja, also am 18.01. bin ich dann nochmal mit meiner Mutter dahin getrottet. Dasselbe wurde nochmal aufgerollt. Herr Niemann und eine Schriftführerin, eine ältere und eine junge Praktikantin, eine Volontärin waren zugegen. Wir haben auch Kaffee zu trinken bekommen. Soweit war der menschliche Rahmen alles angemessen. Allerdings verwunderte mich dann der Umstand, dass ich vor Ort in seinem Büroräum in der Kaltstraße im Dezernat für Delikte am Menschen von ihm dazu aufgefordert wurde, zwei Speichelproben abzugeben. Doch damit nicht genug. Daraufhin wurde vereinbart oder mir aufobtruiert, dass wir jetzt noch gemeinsam mit seinem Dienstwagen im Anschluss an dieses Interview, dieses zweite Verhör in Bezug auf den mir unterstellten Totschlag zum Platz der Luftbrücke fahren, dort zur Polizei. Und das geschah dann auch. Während meine Mutter unten im Vorraum wartete in der Eingangshalle, ging der Niemann, die Volontärin, die Praktikantin, die die ganze Zeit dabei war, auch während des Verhörs in der Kaltstraße, mit dem Fahrstuhl zwei oder drei Stockwerke höher. Ich wurde in einen, ja nicht gerade frisch renovierten Raum geführt. Dort saß ein Polizeibeamter am PC. Ich sah eine Kamera und sah auch ein Pult, was ich sofort identifizierte als Gerät für elektronische Fingerabdrücke, die genommen werden können. Und dann wusste ich schon, was passiert. Ich wurde aus diversen Perspektiven fotografiert, vermessen, gewogen und die Fingerabdrücke wurden genommen. Und egal, ob ich mir das einbilde oder auch nicht, jetzt kommt's. Da mit ziemlicher Sicherheit auch Leute aus ihrem Stall und wenn es nur eine Handvoll ist oder nur ein oder zwei Personen damit involviert sind. Ich spreche von mit drin hängenden Polizeibeamten, die korrumpiert sind und die einer Agenda fröhen, die ihnen ja bekannt ist, NWO, New World Order und ohne Worte. Aber dazu komme ich später noch mehr. Der eine Polizist und das fiel mir auf. Ein ca. 1,75 Meter großer, mit dunkleren Haaren, als ich sie habe und ein Hipsterbart, musterte mich auf seltsame Art und Weise, als ich da saß. Wir haben nicht miteinander geredet, aber er guckte mich irgendwie herausfordernd und auch mit einer Mischung aus Hohn und Spott an. Das habe ich bis heute in meinem Gedächtnis und in meinem Herzen. Und da klingelte es irgendwie schon bei mir. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob da was dran ist. So. Und nun kommen Sie daher, Herr Horstmann. Und meinen, der Herr YouTube-Betreiber Devel, Denos und Kofnusskalli hätten mit meinem Fall und mit dem SLK-Einsatz nichts zu tun. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie sollten sich mal schlau machen. Und sich auch wirklich die Zeit nehmen, die Videos, die ich Ihnen hier mitschicke, zu sichten und auszuwerten. Die Erklärung zu diesen Videos gibt es jetzt. Sie haben auf dem Stick, den ich Ihnen geschickt habe, oder der Festplatte, das entscheide ich noch nach Gusto, ob ich Ihnen wieder eine Festplatte schicke, Videos von einem YouTube-Betreiber namens Devel Denos, der Ihnen ja schon zumindest bekannt ist. Auf diesen Videos gibt es zum Beispiel zu sehen, wie Herr Del Nos, mutmaßlich der YouTube-Betreiber, dieses Kanals selbst ein Paket an mich fertig macht mit Elektroschrott. Das sollte mir damals auch zugestellt werden. Ich lehnte dankend ab, als ich vom ausländischen Hermes-Boten erfuhr, wer der Absender ist. Das ist dokumentiert. Das kann nachgewiesen werden bei Nachfrage bei Hermes. Und das andere Video, und jetzt kommt's, oder die beiden anderen Videos sprechen für sich. Sie sehen auf diesem Video, dass eine unbekannte Person direkt, unmittelbar, sich zubewegt auf unserer Straße am Mariendorferdamm zu meiner Wohnung. Sie sehen, dass der Mann nicht gerade wie ein armer Schlucker gekleidet ist, sondern offensichtlich über eine Menge Geld verfügt, um adrett daherzukommen. Das erkennt man an den Ausschnitten und den Sequenzen in dem Video, wo man seine Kleidung sieht, seine dunkle, edle Jacke und, 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 und. Und, ja, und dass dieser Mann mit der rechten oder linken Hand mit einem weißen Edding NWO auf unser Klingelschild schmiert. Dann gibt es einen kurzen Schnitt und wir sind, ach, davor wird noch meine Tankstelle gegenüber meiner Wohnung gefilmt. Also da scheint man auch im Bilde zu sein, dass ich da Kontakt, netten, freundschaftlichen Kontakt zu den Betreibern und den Leuten, die dort Dienst schieben habe. Ja, also das scheint man auch zu wissen. Und der nächste Schnitt ist dann, und das habe ich nie zu einem Zeitpunkt in meinem Leben erwähnt, davon gehe ich auch aus, dass ich da wirklich permanent observiert wurde oder immer noch werde, ohne dass ich jetzt merke mittlerweile. Denn mittlerweile ist Ruhe seit circa zwei, drei Wochen, doch ich traue dem Braten nicht. Ich denke, es geht bald wieder los mit den Klingelattacken und bedrohlichen Situationen, die hier von meiner Haustür erzeugt werden, gegen meine Mutter und mich. Ja, das sage ich Ihnen mal ganz klar. Na jedenfalls Penny, er geht durch Penny mit seiner Handykamera und theatralische, dramatische, klassische Musik und da malt das ganze Video, wie Sie sich da selbst sehen und geht zu der Abteilung, wo ich mir immer meine Buttermilch hole. So, und nun kommt's. Der Erschaffer dieses Videos kann eigentlich nur eine Person sein. Gar nicht mal dieser mutmaßliche Devil Denos selbst, der YouTube-Betreiber, der sich so nennt, oder auch doch. Wobei mir Informationen zugespielt wurden und ich zweifle, dass sie authentisch sind, sondern auch nur eine Fehlzweckinformation, dass Devil Denos wohl irgendwie auch selbst ein haltloser Junkie ist, der gerne im Leben anderer Menschen rumstochert und versucht, Leben anderer Menschen zu zerstören. Das glaube ich eher nicht. Nein, das Ganze wiegt viel schwerer, als Sie ahnen können. Wobei eine Frage an Sie. Warum haben Sie noch nicht begonnen, das Dokument, das über meinen seinerzeit gehackten Arschloch Terminator 67 Account an meine damit verkünfte E-Mail geschickt wurde, die Liste mit diversen Namen dieser Protagonisten. Warum haben Sie sich da noch nicht dran gemacht, das auszuwerten? Es müsste Ihnen doch auffallen, dass ein Polizist darin vorkommt. Ja, ein David Belmonte, mutmaßlich ein gewisser André Knobel, 33 Jahre alt, Polizeibeamter in Berlin-Tempelhof. Ja, mit Kontakten zu hochrangigen Politikern und Mitglied im Nines Club und einer Baphomet-Tätowierung am linken oder rechten Handgelenk. David Belmonte, dieser David Belmonte zum Beispiel, und da schließt sich der Kreis in Bezug auf observiert werden und beobachtet werden, wusste als einziger, das habe ich nämlich zu keinem Zeitpunkt meiner Videokaliere bei YouTube je erwähnt, dass ich ab und zu Lidl am Tempelhoferhafen, Nähe des Tempelhoferhafens frequentiere. Da hole ich mir manchmal die guten Chips. Er war der Einzige, der das formulierte und ausdrückte in einem seiner Kommentare auf meinem nicht mehr aktiven, ich bin ja Plattensammler, Rockabilly Country Fan 67 YouTube Kanal. Und da klingelte es bei mir. Ja, dass das authentisch ist und kein Fake. Und nun sehen Sie sich in dem Kontext mal das Video an. Ja, an meiner Haustür, das Filmen bei Penny, das was ich eben über Lidl und Tempelmonte mutmaßlich André Knobel gesagt habe. Und am Ende des Videos der Großkotz hinter dem Steuer eines Ford Mustangs, wobei ich erwähnen muss, momentan sind bei eBay Klein Anzeigen einmal aus Mitte und zweimal dieselbe Anzeige Berlin Tempelhof, zwei Verkaufsangebote in Höhe von 21 oder 23.500 Euro für einen Ford Mustang gelistet. Es ist Ihre Aufgabe zu recherchieren bei eBay Klein Anzeigen, ob Herr Knobel dahinter steckt oder selbst versucht, weil ihm das inzwischen zu heiß wird, weil er ja auch nicht gerade der dümmste ist, seinen Mustang abzustoßen. Ja, zwei Anzeigen bei eBay Klein Anzeigen, wenn Sie Ford Mustang eingeben in Berlin. Ja, gemeldete Ford Mustangs in Berlin zum Beispiel, ja, können Sie eingeben bei Google und dann bei eBay Klein Anzeigen das aufrufen. Also ein und derselbe Ford Mustang zweimal in zweimal einer Verkaufsanzeige hier in Berlin Tempelhof und einmal aus Mitte, ja, wird zum Verkauf angeboten. Ja, und denken Sie dran, ja, in diesem Video, was Sie jetzt mit Sicherheit auch schon gesehen haben, na? NWO is watching you, Motherfuckers, sagt er. Und das ist nicht die Stimme eines 40, 15-jährigen Mannes, sondern die Stimme eines 30ers oder mit 30ers, also im besten Mannesalter. Und auch unerkennbar, wenn man die Einfärbung der Stimme hört, jemand, der hier in Berlin ansässig ist und wahrscheinlich auch gebürtiger Berliner ist und kein Westdeutscher. Ja, sehen Sie auf das Lenkrad, das Pferd des Ford Mustangs, ja, und ohne Worte. Und dann kommen Sie noch mal zu mir, Herr Horstmann, und leugnen Sie, dass das nicht zusammenpasst, ja, vom Psychogramm, was ich selbst letztendlich in Bezug auf diesen korrupten Polizisten erkannt habe, dass das nicht wie die Faust aufs Auge passt. Ja, ein Polizist, der nicht auf koschere Art sich hochdient, hocharbeitet, der über Kontakte zu hochrangigen Politiken verfügt und in ein teuflisches Netzwerk mit involviert ist und daraus wohl auch sehr lukrativ großen Nutzen hat, auf der Überholspur lebt, ein scheinbar angesehenes Mitglied der Gesellschaft, mutmaßlich im gehobenen Polizeidienst. Ich rede nicht von kleinen Streifenpolizisten oder den Kollegen, die hier bei mir auch schon letztendlich rechtswidrig ein paar Mal aufgetaucht sind. Einmal waren hier welche, die dann auf Basis eines meiner Videos, das menschlich ethisch nachvollziehbar ist, wo ich wieder polterte und aggressiv wurde. Und da hat einer der Beamten das sogar aufgezeichnet auf einem kleinen Diktiergerät, meine Ängste und so weiter. Da hieß es dann zum Beispiel, wichtige Leute hätten diesen Einsatz initiiert. Auf Basis des Videos, wo ich Leute mit dem Tode bedrohte, nachvollziehbar unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten, da las ich die Namen der Protagonisten, auch solcher, die ihnen vorliegen, schriftlich vor und sagte, wollt ihr alle sterben, wenn mir oder vor allem meiner Mutter was passiert und es mit ihr bergab geht. Ich habe keine Skrupel jeden von euch unter die Erde zu bringen, wenn ihr mich hier weiter terrorisiert. Ja, und daraufhin wurde dieser Einsatz ausgelöst. Ja, nun fragen Sie mal den Polizeibeamten leichtstämmiger dicklicher Natur, der meinte, das Recht zu besitzen, mir so etwas sagen zu dürfen. Ja, wer sind denn diese wichtigen Leute, die meinen, dass sie das Gesetz einerseits missbrauchen können und meinen, über dem Gesetz zu stehen und meinen, hier sowas inszenieren zu können. Ja, und dann ist es auch eine sehr obskure Sache, dass auch andere Einsätze, die initiiert durch diese NWO-Psychopathen, nenne ich die mal, hier manchmal auch sogar nachts um eins geklingelt wurde und dann auf obskure Art und Weise eine dunkel gekleidete Gestalt unten stand, die ich nicht einordnen konnte, wo ich schon vom Schlimmsten aus ging, dass das ein gedungener Mafia-Killer wäre oder sonst was. Und dann erst, nachdem ich bei der Polizei angerufen habe und man bestätigt hat, Kollegen sind vor Ort und ich soll doch bitte mal aufmachen, ja, was ist das für eine Polizeitaktik? Ja, einen nur vorzuschicken, statt gut erkennbar für mich als mehrere Polizeibeamte vor der Wohnungstür zu stehen und weit auch davon der Einsatzwagen. sagen, was wird hier gespielt, Herr Horstmann, was wird hier gespielt, ja? Und dann noch was anderes. Wenige Wochen, bevor ich mich freiwillig in die Psychiatrie, in die offene, wohlgemerkte Svenkebach-Krankenhaus begeben habe, nachdem wieder ein Bedrohungsmoment, ein konzentriert reales Bedrohungsmoment durch einen jungen, kräftigen, türkischstämmigen, da bin ich mir sicher, mit Trekkingrad stattgefunden hat, der dann hier wild gestikulierte, Droge werden waren das und mir dann noch einen schönen Tag wünschte, als ich sagte, ich mache keine Videos mehr und wegfuhr und daraufhin habe ich mich dann selbst eingewiesen in die Psychiatrie, weil ich Angst hatte. Wenige Wochen davor klingelte auch auf Basis einer meiner Videos, wo ich auch wieder aggressiv polterste, morgens um halb acht, acht, es waren Kollegen vom Abschnitt 47 am Lichtenrader Damm und das wird Folgen und Konsequenzen haben und dieses Video, was ich hier Ihnen persönlich widme, Herr Horstmann, ist auch von Beweiskraft. Ein sehr unsympathischer, mir unsympathischer und mir gegenüber menschlich höchstem Maße unfair, circa mit 50 Anfang 60-jähriger Polizeibeamter, circa 1,82, 83, 84, 85 groß, ein bisschen größer als ich mit meinen 1,80 dunklen Haare, aber keine grauen, vermutlich gefärbt, stand vor mir und fing an loszupottern. Ja, sind Sie, Herr der Baracker? Ja, dann ziehen Sie sich mal an. Dann haben Sie was anzuziehen. Ja, Sie haben da ein Video gemacht und das geht so nicht und wenn Sie so weitermachen, kommt nochmal das SEK und dann werden Sie getötet. Und dieser Beamte machte auch keinen Hehl daraus, dass er mich am liebsten über den Haufen schießen würde. Seine Kollegin, eine junge blonde Polizistin, war wohl zu dem Zeitpunkt nicht gegenwärtig. Also da steht Aussage gegen Aussage vor Gericht, aber ich weiß, dass man mir mehr Glauben schenken wird als diesen Polizisten und auch muss, weil ich eine anständige Natur bin. Er machte mehrmals Ansätze oder die typische körperliche Geste, die Waffe zu ziehen an der Seite seines Schusswaffenholzes, wo die Pistole an der Hälfte drin war. Ja, und formulierte das auch verbal, dass er keine Skrupel hat, mich letztendlich über den Haufen zu schießen. Und ja, es wurde dann ein Krankenwagen gerufen. Ich habe natürlich keinen Widerstand geleistet, weil ich auch Angst hatte vor diesem Mann, vor diesem Polizisten. Und das will was heißen, wenn man Angst hat vor der Polizei. Ja, zumal man sich im Wesentlichen nichts wirklich Marginales zu Schulden hat kommen lassen, außer ein Video hochgeladen zu haben, wo man mal wieder aggressiv poltert. Ja, klar, ich habe in manchen meiner Videos mit Mord und Totschlag gedroht. Aber das kann man nicht einfach so allein für sich stehen lassen, Herr Horstmann, ohne es im Kontext zu sehen mit der Gesamtsituation meines Lebens. Vergessen Sie nicht, ich werde schon seit Januar verfolgt und terrorisiert. Und nur momentan ist eine trügerische Ruhe, wo nichts passiert, wo hier nicht geklingelt wird, wo hier nicht obskure Personen und dann auch solche Schränke hier vor der Haustür stehen und klingeln bei mir und meiner Mutter. Ja, übrigens auch so ein Ding, ja, vor circa acht Wochen oder neun Wochen klingelte es hier auch gegen 21.15 Uhr, 21.30 Uhr. Ich guckte durch mein mit einer Gardine zugezogenes Fenster und sah Bewegung vor unserem Haus. Circa drei bis vier Personen, eine silberne Limousine oder ein Mittelcharzewagen, der nochmal auftauchen sollte in weiterer Folge, ein paar Tage, Wochen später, stand da. Es wurde geklingelt bei mir, bei meiner Mutter, bei anderen Mietern im Haus. Das ging zehn bis 15 Minuten so. Meine Mutter rief auf mein Geheiß hin die Polizei an. Man beschwichtigte und sagte, es kommt bald jemand. Niemand kam. Zwei Stunden später, nachdem die Situation sich aufgelöst hatte und diese obskuren Besucher des Nächten bei mir und meiner Mutter hier sturmklingelnd und bei allen anderen Mietern im Haus, nachdem die abgezogen waren. Zwei Stunden danach kam ein Rückruf von der Dienststelle am Abschnitt 47. Ja, Frau Baraka, ich bin's von der Polizei. Jetzt ist es ja schon spät. Es sind ja schon zwei Stunden vergangen. Die werden ja wohl nicht mehr da sein. Gehen Sie mal besser ins Bett schlafen. So arbeiten Sie. So arbeiten Sie und Ihre Kollegen an der Front. Das menschliche Leben und Überleben, die Sicherheit von Bürgern, die sich letztendlich nichts zu Schulden haben kommen lassen, Herr Horstmann, ist kein Cent mehr wert. Und da wundern Sie sich, wenn die Justiz und auch die Staatsanwaltschaft und andere Amtsgerichtsbarkeiten und die Polizeiarbeiter selbst nicht immer den besten Ruf haben? Und auch rauskommt, wie in meinem Fall, dass offensichtlich auch der Polizeiapparat, zumindest was einige wenige Personen angeht, verstrickt ist? Sie machen sich strafbar, Herr Horstmann. Sie betreiben hier Straftatvereidlung, wenn Sie sich weigern, meine Videos zu sichten und jedes genau unter die Lupe zu nehmen und mir die Sachen umgeöffnet zuschicken und dann auch nur noch eines davon mich erreicht, was auch obskur ist. Denn die zweite Festplatte, da waren auch wichtige Videos drauf. Wo ist die abgeblieben? Können Sie mir das sagen? Wo ist die abgeblieben? Wer hat die entwendet, wohlweislich? Wer hat die zweite Festplatte, 500 GB Festplatte, die ich Ihnen auch vor Wochen oder Monaten zugeschickt habe zur Auswertung, wer hat die entwendet und mir vorenthalten? Und daran erkennt sich die Dimension des Ganzen, dass ich mit Sicherheit in ein marginales Westennest von straforganisierter und im Zusammenhang stehender Kriminalität, dass ich da drauf gestoßen bin. Und dann kommt noch der Punkt hinzu. Warum kann ich bis zum heutigen Tage über meinen Internetdienstleister U2 nicht in Bayern anrufen im süddeutschen Raum? Ja, in Neustadt an der Eich, Eischach, zuständig für Emskirchen. Wo Rainer Winkler, gegen den ich ja am 4.1. eine Anzeige geschaltet habe, bekannt ist. Warum komme ich nicht durchtelefonisch bis heute zur ständigen Vertretung des Freistaats Bayern hier in Berlin? Diese Nummer ist nicht vergeben, höre ich dann immer. Oder zur hiesigen Polizei nach München unter 089. Das stinkt doch zum Himmel, oder? Ich kann ja noch nicht mal, Herr Horstmann, wenn ich das beabsichtigen würde, zwei voneinander unabhängig, aber für solche Fälle wie Cybermobbing und Stalking und so weiter zuständige Anwaltskanzleien hier in Berlin anrufen, komme ich telefonisch auch nicht durch. Was wird hier gespielt, Herr Horstmann? Ja, ich nehme Sie in die Pflicht. Und damit Sie gleich Bescheid wissen, dieses Video, so wie Sie es jetzt vorliegen haben, ist inzwischen öffentlich durch meine Beziehung zur Presse. Ein unabhängiger, aber renommierter und seriöser Journalist dokumentiert meinen ganzen Fall mit einem ausführlichen Artikel, wo ich auch zutiefst ins Detail gehe mit allen Einzelheiten, so wie ich Ihnen das hier ansatzweise auch mitteile. Jetzt erzeuge ich den Druck, der nötig ist, dass die Justiz und Menschen wie Sie auch funktionieren. Sie hätten sich nicht im Jurastudium für sechs Jahre oder mehr bis hin zu Ihrer Karriereleiter hochstolpern, bis zum Staatsanwaltschaft, das hätten Sie nicht machen brauchen, wenn Sie kein authentisches Interesse an Aufklärung von Delikten am Menschen und Menschen, die hier in die Opferrolle gedrängt werden und deren Leben vergewaltigt wird und die bedroht werden, auch in Leib und Leben. Letztendlich, dann hätten Sie sich das schenken können, dann wären Sie besser Pizzabäcker geworden, sage ich mal, leicht respektlos. Oder hätten eine Hotelkaufmannlehre begonnen, wenn Sie müde sind von Ihrer Arbeit, die den ganzen Menschen mit Herz, Verstand und auch Empathie für die Mitmenschen erfordert. Ja, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ja, auch hier inzwischen die Anzeige wegen Bedrohung, womit das auch alles anfing, als hier ein obskurer Bote, dieser NWO-Teufel, mir eine Drohcollage durchschmiss und ich daraufhin die Kollegen vom Abschnitt 47 am Lichtenrader Dam frequentierte und herrief, um die das entgegennahm, wurde auch inzwischen eingestellt, nicht von Ihnen, aber von einer Amtsrichterin. Was soll das? Ihr habt ihr es mit Menschenleben zu tun, die ihr zu schützen habt. Ich denke, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechts- und Sozialstaat. Dann möchte ich hier auch mein Recht bekommen. Und dann fordere ich auch ein als schwächstes Lied der Gesellschaft, als sowieso vermeintlicher Verlierer im System, als Frührentner, dass man sich für mich einsetzt und für mich stark macht. Und da hängt nicht nur mein Leben und Überleben und ein natürlicher Lebensverlauf und ein natürliches Lebensklima davon ab, sondern auch das meiner Mutter. Aber Sie können sich denken, alles, was jetzt in den letzten sechs Monaten passiert ist, trägt bestimmt nicht dazu bei, dass meine Mutter, die sowieso schon gesundheitlich schwer angeschlagen ist mit ihren 83 Jahren und Herzschrittmacherträgerin seit 2013, dass sie das noch mal weiß, wie lange macht. Ja, sie ist so voller Kummer und Kram und Verzweiflung und hat so schreckliche Angst, dass ihr Sohn einst totgeschlagen wird und verhofft. Aber dazu lasse ich es nicht kommen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, Herr Horstmann. Und dieses Video kennt jetzt bald auch die gesamte Presse. Die gesamte Presse. Ja, und die Öffentlichkeit in Berlin-Deutschland. Ja, soviel zum Thema, die will denn los? Ja? Und André Knobel, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass dieser korrupte Polizist dahinter steckt. Und wie gesagt, auch der Polizist, ja, der mich dann auch noch mal der Lüge bezichtigte im Krankenhaus, ich wäre ein Lügner und ich wäre brandgefährlich, wird sich verantworten müssen. So lasse ich mit mir nicht umspringen. Ich habe damals, und das kann ich gerne vorlegen, auch an den Abschnitt 47 im Zusammenhang wieder mit der Obskura Post, die ich erhalten habe, das auch kritisiert und angeprangert, wie ihr Kollege mit mir umgegangen ist am Tag des Einsatzes, wo er und seine Kollegin mich mitgenommen haben ins Krankenhaus zur psychiatrischen Begutachtung wegen eines Videos, was ich hochgeladen hatte. Ja, also da weiß man Bescheid. Ja, also da sollte mindestens eine Suspendierung drin sein. Ja, und auch eine Konventionalstrafe. Ja, es gibt ja auch sowas wie, traurig ist, dass man das sagen muss, Vereine oder Organisationen, die vehement vorgehen gegen Opfer von willkürlicher Polizeigewalt. Ja, so toll ist das hier mit unserem Polizeiapparat auch nicht. Ja, wenn man bedenkt, was jetzt schon wieder kursiert, drei korrupte, bestöchliche Berliner Polizisten, wie Sie inzwischen wissen, und damit ist Ihre Abteilung ja vielleicht auch beschäftigt, Drogendeal und so weiter. Also tun Sie nicht so, als ob Sie alle Engel wären, ja, und den Dienst Ihres Lebens oder Ihren Lebensdienst und Verdienst authentisch, moralisch, ethisch, einwandfrei in den Dienst guter Menschen, die unverschuldet zu Opfern wurden stellen würde. Bei Ihnen gibt es auch Leute, denen möchte man nicht bei Tag und bei Nacht begegnen. So viel ist sicher. Und so viele Menschenkenntnis besitzen auch andere. Andere Bürger dieses Landes und auch hier dieser Stadt Berlin. Ja. Wie heißt es so schön, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ziemlich ungeniert, aber nicht auf meine Kosten. Ja. Also. André Knobel, Devel Delos. Devel Delos, mutmaßlich ein Dr. David Meiersdorf. Sie haben es vorliegen. Mutmaßlicher Arzt und bekennender Satanist oder Freimaurer. Wenn das mal stimmt, das ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden, wer der Betreiber des YouTube-Kanals Devel Delos ist und tun Sie nicht so, als ob Sie nicht wüssten, wo Sie einsetzen müssten. Sie haben Personal, Herr Orstmann. Sie haben Leute, die stundenlang im Internet recherchieren können und auch Anfragen bei YouTube erzwingen oder auch gerichtlich einklagen können. Wer ist Devel Delos? Wo lebt dieser Mann? Was macht er? Womit verdient er seinen Lebensunterhalt? Liegt gegen ihn was vor? Außerhalb seiner Internetkriminalität und, 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 und. Ich frage mich, warum nicht schon längst seine Kanäle gelöscht sind. Ja. Oder auch bei ihm, dass SEK gerechtfertigt eingetrudelt ist. So wie wir auch bei diversen anderen NW-Olan, die mir nachstellen, auch mit ihren YouTube-Kanälen. Ja. Und machen Sie sich mal schlau. Ja, da sind mir einige auf den Versen. Und einer nennt sich NWO-Kai und hat Videos von mir hochgeladen, die ich seinerzeit produziert habe. Dann gibt es ein NWO-Baracka-Archiv. Da sind 300 Videos. Ich habe gar nicht so viele gemacht. Ja. Zu meiner Person. Ja. Da müssen Sie ansetzen. Und alle Spuren und alle Delinquenten, die ich Ihnen letztendlich mehrfach versucht habe, auf dem Silbertabell zu servieren, was Sie aber ignorieren und sich selbst dabei auf illegales Eis begeben, Herr Staatsanwalt Horstmann, muss ich mal so sagen. Ja, da Sie sich weigern, die Videos zu sichten, die ich Ihnen zugeschickt habe und das dann auch noch nicht mal mehr vollständig bei mir ankommt. Da werden Sie sich auch verantworten müssen. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, dafür zu sorgen, dass mit tödlicher Sicherheit und Präzision beide Festplatten mich erreichen. Dafür nehme ich Sie und Ihre Abteilung auch in Haftung. Ja. Und die Festplatte hat wieder aufgetrieben zu werden. Ich kann auch anders. Ich bin eigentlich ein pflegeleichter Mann, Herr Horstmann. Mit mir kann man wunderbar lachen, scherzen, albern, seinen Spaß haben. Man kann mit mir tiefsinnige, ja sogar philosophische Diskurse führen, ja ohne dass ich einknicke oder nur mit Halb- oder Viertelwissen glänze. Ich bin nicht der Dimmste. Auch wenn ich manchmal vielleicht etwas einfältig, naiv oder auch emotionell zu impulsiv rüberkomme in meinen Videos. Aber ich weiß, was Phase ist und ich weiß, was das Leben ausmacht und auch das Überleben. Und wenn ich eins nicht zulasse, Herr Horstmann mit meinen 50 Jahren, ja, dass die letzten Jahre des Lebens meiner Mutter an meiner Seite und auch mein eigenes Überleben die Jahre drüber hinaus zu einem einzigartigen, nie enden wollenden Materium werden. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass diese Teufel Ruhe geben. Ich wette mit Ihnen, so wie die Sommerferien vorbei sind und das Pack aus dem Urlaub oder woher auch immer wieder zurück ist, geht das hier wieder los. Mit obskuren Hubkonzerten von unserer Haustür, mit renitenten Klingeln von obskuren Personen, die hier vielfach schon aufgetreten sind, ja, oder Vorfahren mit Autos und hier kleine Grüppchen sich bilden. Ja, und solche Kleiderschränke hier versuchen reinzukommen, ja, wie schon geschehen, dreimal mindestens, ja, oder auch Klingeln in Abwesenheit von mir, wo meine Mutter mir dann berichtete, dass schon wieder bei ihr geklingelt wurde, auch am Wochenende, ja, wo man niemanden erwartet. Also, irgendwo hört es auf. Und was sagen Sie zu dem Brief von diesem vermeintlichen Bruder von Herrn Rainer Winkler? Er erwähnt auch den SEK-Einsatz. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie wollen nicht begreifen, Sie stellen sich absichtlich dumm. Ein Blinder mit dem Krückstock, Herr Horstmann, seit wir miteinander bisher mehr indirekt als direkt zu tun haben, da Sie ja eine richtige authentische Auseinandersetzung mit mir auch im persönlichen Gespräch real meiden und mich nicht mal vorladen zu sich. Es ist doch offensichtlich. Ich fasse noch mal zusammen. Es fing an am 30. oder 29.12.2016 mit einer durchaus gängigen Urheberrechtsverletzung an meinen Videos, die aus dem Kontext gerissen wurden, von einem Hatebox, alias Markus Gröhe, mutmaßlich auch aus Altschauerberg, 8 Emskirchen, selber wohnort wie Rainer Winkler. Und als ich das aber erfolgreich für mich beendet hatte, indem ich das abfilmte und ihn mit seinem Dilettantismus und seiner kriminellen Energie und Manipulation meiner hochgeladenen Videos konfrontierte, dachte ich, es wäre ausgestanden. Dann dauerte es nicht lange, dann kam der Anruf von dem mutmaßlichen Herrn Rainer Winkler. Tja, und was machen Sie? Nichts. Das Video kursiert. Ich habe es auch noch mal gesichert. 23 Minuten spreche ich mit diesem Teufel in Menschengestalt, der sich als Rainer Winkler ausgibt und mutmaßlich auch authentisch ist mit dem YouTuber Mario Heinz Terrorfürst. Ja, der bis heute unbeschadet seine YouTube-Aktivitäten weitermachen kann. Denn Mario Heinz Terrorfürst, da ging das ja los mit den Beleidigungen gegen mich und meine Mutter. Ja. Wo ist das Problem? Sie können YouTube dazu verdonnern, herauszugeben, die Datensätze, in denen nachvollziehbar und nachverfolgbar ist, Wer am 2. Januar gegen 21.30 Uhr, 21.15 Uhr meinetwegen, bei mir angerufen hat und mich bedroht hat anonym, obwohl ich telefonisch nicht erreichbar bin für Hinz und Kunz, da ich nicht im Telefonbuch stehe und meine Adresse auch sonst nirgends von mir vermerkt wurde. Welcher anonyme Teufel hat mich da angerufen? Von wo aus? Vom Festnetz? Vom Handy? Muss alles rauskommen. Es ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Und dann ist der Sack zu. 2. Januar 2017. Drohanruf des Rainer Winklers. Längeres Gespräch. 3. Januar. Mittags 15.30 Uhr. Obskurer Anruf eines vermutlichen, mutmaßlichen Mitarbeiters des Landessportbunds und geheuchelte Nachfrage, ob Wohnraum zu vergeben wäre für Flüchtlinge. Als ich das verneinte, wurde ungehalten aufgelegt mit den Worten am Ende doch, doch, doch. Auch so eine Nummer. Am 4.1. platzte mir der Kragen. Gegen 16.30 Uhr begab ich mich auf dem Weg zur Götzstraße zum Abschnitt 6. Ja, Alt Tempelhof. Mit Beweismitteln. Mit einer Strafanzeige gegen Rainer Winkler. Und wissen Sie, was da passiert ist? Man ahnte es bereits und wusste es. Und das hat bestimmt nichts mit meiner seelischen Grunderkrankung zu tun, denn ich leide nicht an Wahnvorstellungen oder Paranoia oder wilde mir etwas ein. Auf dem Weg zur U-Bahn, in der U-Bahn selbst, kurz vor der Rolltreppe, fiel mir etwas markant auf. Da lag auf dem, auf dem, und so gut kennt mich eigentlich niemand hier in Berlin, da lag auf dem Kartenentwertungsautomaten eine Schachtel, Palmall, die große mit 26 Stück, die ich ab und zu rauche, blau, schadstoffarm, lag da, ungeöffnet. Können Sie mir folgen? Also man wusste, was ich vorhabe. Auf dem Rückweg später, nachdem ich die Anzeige gestellt hatte, fiel mir auch auf, dass drei oder vier Polizisten so schräg an mir vorbeikingen. Das kann ein Zufall sein, muss nicht was mit mir zu tun haben, aber nach die geile Kör der Trapsen, wie man hier in Berlin sagt, so wach und aufmerksam bin ich. Und Sie wollen mir erzählen, das Ganze ist kein abgekartetes Spiel. Die Frau mutmaßliche Hauptkommissarin Frau Breuer, eine zierliche, kleine, blonde, eigentlich ganz sympathische Mitreißigerin, hörte sich geduldig meine Anzeige und meine Beweggründe an. Ich gab auch zum Protokoll, dass ich psychisch vorbelastet bin, aber soweit alles in Ordnung ist und dass ich mich bedroht fühle. Sie saß längere Zeit vor ihrem PC, vor ihrem Laptop und wusste mit Sicherheit schon, was zwei Tage später passieren wird und angezeigt ist. Auf meine Frage hin, wie es denn um Deutschland bestellt ist, ob man schon letztendlich infiltriert ist von der aus Amerika delegierten NWO-Agenda, New World Order Agenda, verneinte sie das, konnte mich dabei aber nicht angucken. Also hier stimmt doch etwas nicht, Herr Horstmann, oder? Ja, die Anzeige wurde bis heute nicht weiter bearbeitet. Ihr habt das alles unter den Tisch fallen lassen, aber ich sage Ihnen, ich erhalte die Anzeige gegen Rainer Winkler aufrecht. Und das kriegt jetzt die ganze Welt oder die Bundesrepublik Deutschland mit, denn dieses Video, was Sie hier kriegen, ist nicht privat nur für Sie oder für Sie als Staatsanwalt. Das geht die ganze Öffentlichkeit an. Es soll jeder wissen, was für ein mieses Spiel mit mir und verantwortungslos und dem Leben meiner Mutter gespielt wird und was man meint, uns antun zu dürfen. Uns anständigen, grundanständigen Menschen und Bürgern, die sich nie eben im Leben etwas zu schulden haben, kommen lassen im Kontext, im Umgang mit Mitmenschen und mit der Gesellschaft. Wer uns noch von früher erkennt, meine Mutter und mich, weiß, wie gutmütig wir sind und wie herzlich. Und dass niemand bei uns hungrig oder bürstig vom Tisch aufsteht, was man längst nicht, wer da zu Besuch bei uns ist, was man längst nicht von allen Bürgern dieses Landes behaupten kann, wenn man Bekanntschaften oder Freundschaften hat. Ja, also es reicht. Es reicht. Ich habe eine Mission als Mensch. Ich habe eine Mission als Sohn, der seine Mutter über alles liebt und ihr auch zutiefst etwas schuldig ist und auch dankbar ist. Meine Mutter hat mich nie verstoßen, auch nicht in den schweren Jahren meiner Lebenskrise. Früher mal als psychotisch erkrankter junger Mann. Das liegt ja alles hinter mir. Sie hat immer zu mir gestanden und hat mich nie abgeschoben in die Psychiatrie oder in die Hände von Dritten, weil ihr das alles zu viel werden würde. Sie hat sich immer schützend vor ihren Sohn gestellt. Und nun stelle ich mich schützend vor meine Mutter. Und auch vor mich selbst. Und das ist mein gutes Menschenrecht. Das ist mein Geburtsrecht. Und ich lasse nicht zu, Herr Horstmann, dass irgendwelche Psychopathen, die sich einbilden, einen Bund mit dem Bösen schließen zu müssen und hier menschenverachtend auf Menschen losgehen und so weiter, mir mein Leben zerstört und vergiftet. Und ein ständiges Klima aus Paranoia um mich herum erzeugen, dass ich mich nicht mehr wohlfühle in meiner Haut. Sehen Sie sich das Video an von Fritz, dass ich ihn auch auf die Festplatte geplattet habe. Einer, der mir helfen wollte. Aber ich denke, der Mann hat selbst genug Probleme. Ja, es ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Es dürfte Ihnen nicht schwerfallen, diesen Fritz ausfindig zu machen. Depressive Art. Dasselbe Schema wie bei den kriminellen YouTubern. Ja, dann wissen Sie, woher der Mann ist. Und mir wurde auch mitgeteilt, dass auch der schon umziehen musste und weil er ständig bedroht wurde und so weiter. Also ich bin kein Einzelfall. Sehen Sie sich das an. Ja, was er zu sagen hat in Bezug auf NWO und was man mich auch glauben machen will. Aber wo ich mir wiederum ziemlich sicher bin, das ist nicht so weit weg von der Wahrheit, was ich hier sage. Ja, auch in Bezug auf diesen korrupten Polizisten aus Tempelhof. Ich erwarte bald ein anständiges Feedback von Ihnen, Herr Horstmann. Und mehr noch erwarte ich, und das darf ich einfordern, als betroffener Bürger, der in die Schusslinie von Menschen und damit verbundenen Kräften geraten ist, dass ich nicht ahnen konnte, dass sich sowas daraus entwickelt. Ja, dass Sie sich schützend vor mich stellen. Denken Sie, es macht mir Spaß, Ihnen zu schreiben, dass ich hier erwäge, zu beantragen, dass mir ja und meiner Mutter Polizeischutz zukommt? Sie wissen doch gar nicht, was hier alles passiert. Leben Sie mein Leben, Herr Horstmann? Klingelt man bei Ihnen tagsüber, nachtsüber? Will man Ihnen Möbel schicken auf Ihren Namen mehrfach? Kommt bei Ihnen fünfmal am Tag der Pizzalieferdienst auf Ihren Namen? Kriegen Sie Bedrohpost? Wo dann ein Teil davon auch schon bekannt ist, bei den Leuten im Krankenhaus, wo ich war. Man ist bestens im Bilde. Es gibt diverse Augen- und Ohrenzeugen in Bezug auf meinen Aufenthalt im Krankenhaus. Das sind keine Einzeltäter. Das ist eine straff organisierte Gruppe von mehreren Personen, allesamt psychopathisch und menschenhassend, die unter dem Siegel NWO New World Order Agenda zumindest plakativ, um den Eindruck zu erwecken, hier Unwesen treiben. Und das Ganze bekommt auch eine besondere Würze und Note, dass ich da sogar falsch liege und es wirklich so ist. Und diese Verbrecherorganisation, nenne ich mal so, und diese Personen, die sie bilden, wirklich im Auftrag einer New World Order Agenda aus Amerika delegiert, hier sowas anrichten in Europa und in Deutschland und an Bürgern wie mir. Ja? Denken Sie immer dran. Warum blockiert YouTube mich und meine Leitung? Was will man hier vertuschen und versuchen zu verändern? Das ist nicht nur für Sie relevant. Das reicht hin bis, und den habe ich auch inzwischen informiert, neulich Nacht, telefonisch, man weiß Bescheid, in groben Zügen, Verfassungsschutz. Das ist verfassungswidrig. Dieses Land hat mir demokratische Grundrechte zuzusichern, wenn das hier eine Demokratie sein soll. Und zur Demokratie gehört es auch, dass ich frei entscheiden kann, wann ich wo anrufe, ohne darin behelligt und gehindert zu werden, wenn ich mir was davon verspreche, wie in meinem Fall. Ja? Das Recht wird mir einfach genommen. Wer steckt dahinter? Und dann bedenken Sie auch, Telefonica Germany, spanisches Unternehmen, aber hier in Deutschland, Hauptsitz O2, in München. Klingelt's? Übrigens meinte dieser mutmaßliche Rainer Winkler bei dem Gespräch am 2.1. am Telefon, was als Video auch vorliegt und was Sie sich auch zu Gemüte führen können und uns schwer finden werden im Internet, das packe ich Ihnen jetzt nicht nochmal mit auf die Festplatte. Irgendwann mal ist auch gut. Sie verweigern sich ja bisher, das Videomaterial zu sichten. Aber egal, das Ganze ist jetzt hier auch bei der Presse und öffentlich, auch dieses Video. Dieser Rainer Winkler meinte lakonisch am Telefon dann auch, dass der Freistaat war ja schon längst unter dem Einfluss und Machtbereich der Illuminati Schrägstrich NWO ist und dass er auch Kontakte nach oben hat, meinte er wortwörtlich und dass man mir jetzt wohl die Daumenschrauben anzieht und dass ich schon sehe, was ich davon habe, wenn ich meinen Kanal nicht lösche. Wo ist das Problem? Ich denke, es gibt Experten. Sie haben doch die technischen Möglichkeiten, Herr Horstmann, und können veranlassen, veranlassen, dass ein Video ausgewertet wird. Sie haben die technischen Möglichkeiten oder können das erzeugen, dass man hört, welche Stimme spricht. Dass man den Mann im Hintergrund, der mich in ein perfides Gespräch verwickelt und wo ich dann versuche, auch noch philosophisch mit dem zu kommunizieren, wie diese Stimme klingt, ob da mit einem Stimmverzehrer gearbeitet wurde oder nicht. Denn es gibt auch Videos, auf YouTube, Herr Horstmann, in denen deklariert wird, dass Rainer Winkler dieses dicke, unmögliche Unikum, der sich harmloser und selbst als Opfer skizziert und darstellt, als er ist, auch mit Stimmverzehrer arbeitet. Also, da schließt sich doch wieder der Kreis. Ich sage es Ihnen, ich erhalte die Anzeige vom 4.1. gegen Herrn Rainer Winkler, der mutmaßlich zumindest im Zusammenhang mit der ganzen Intifada gegen mich und meine Mutter und unser Leben steht, aufrecht. Ich nehme die Anzeige gegen Herrn Winkler nicht zurück, die Anzeige, die ich am 4.1. geschaltet habe und ich zwinge sie jetzt dazu, auch durch dieses Video, diese Anzeige authentisch, weiter zu verfolgen und zu verarbeiten. Ich höre nicht eher auf, bis all diese Herrschaften, wie ich sie genannt habe, über den mutmaßlichen korrupten Polizisten André Knobel, Devel de Noos und seine Hintermänner, dann bitte auch noch um den mutmaßlichen Pseudo-Juden, der das Judentum in gefährlicher Nähe zum modernen oder klassischen Satanismus rückt, mit denen an Informationen, was über ihn vorliegt, angeblicher Jaron Wiesenthal, Staatsanwalt in Frankfurt am Main und Freimaurer, Satanist, bekennender hohes Tier, ja, Johann Grafenfried, ja, der mich auch beleidigt hatte, ja, als arbeitsscheu und so weiter und auch meine Mutter beleidigt hatte, ja, also, Sie haben jetzt keine andere Wahl mehr, Herr Horstmann, als aktiv zu werden, denn dieses Video hier, das jetzt schon fast eine Stunde lang von mir aufgezeichnet wird, ist inzwischen veröffentlicht bei meinem Journalistenfreund und der hat keine Angst vor diesen Leuten und der hat auch keine Angst vor korrupten Polizisten oder Polizeibeamten oder meinetwegen Postbeamten, die da alle mit drin hängen, ja, die Öffentlichkeit, die ich hier mit schaffe und das ist hier immer noch ein 80-Millionen-Volk und da sind etliche Millionen oder auch Hunderttausende dabei, die sowas auch nicht gut heißen, wenn sowas an einem ihrer Mitbürger verbrochen wird. Möge er teilweise selbst schuld sein an der Entwicklung, was ich durchaus in manchen Punkten einräume oder auch nicht. Also, ich verlange bald ein Feedback von Ihnen, mit dem ich leben kann und auch eine persönliche Vorladung und ein reales Gespräch von Auge in Auge. Meine Mutter kommt dann selbstverständlich mit und da können Sie mal Ihre Version hören und was man bei ihr so versucht hat. Denn inzwischen wird auch meine Mutter telefonisch obskur frequentiert und das ist sogar schon geschehen, bevor der ganze Fall sich manifestierte und das ist das Seltsame. Wenn Sie Ihren Beruf, Herr Horstmann, nicht mehr innerlich authentisch lieben, sich damit nicht mehr identifizieren können, dann geben Sie mich bitte besser mit meinem Fall ab an einen anderen Kollegen, der erkennt, dass ich ein guter Mensch bin mit Potenzial und dass ich eine Chance verdient habe und dass meine Mutter und ich mich nicht bedrohen lassen und fertig machen lassen. Ja, Moment! Meine Mutter klopft gerade. Sehen Sie sich die Videos an und werden Sie endlich richtig aktiv. Ich lasse nicht locker und alles ist jetzt auch bei der Presse lückenlos. Das ist ein sehr langer, sehr langer Leitartikel, den ich da über Wertpress auf der Seite meines Journalistenfreundes veröffentliche. Ich habe im Wesentlichen nie etwas marginal verbrochen, dass ich so eine Wendung in meinem Leben verdient hätte. Zum Negativen hin und meine Mutter auch nicht.